Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Andi vom Tele-Stammtisch und ich hab hier zwei Boys am Start, mit denen ich zusammen ein ganz kurzes Kurzfazit zu den ersten drei Folgen von Marvel's What If präsentieren möchte. Moin Sam, moin Patrick. Moin Sam. Hi. Wir werden jetzt reihrum einmal kurz ein ganz kurzes Mini-Fazit zu den drei Episoden geben, einfach nur so ein erster Eindruck von uns und der liebe Sam beginnt. Ich find die Optik sehr schön, Grafikstil sehr schön und ich find die Story-Entwicklung, gerade in der ersten Folge, super. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Ich mochte bisher alle drei Folgen, es ist wirklich eine Wundertüte für MCU-Fans, die mit einigen Twists aufwartet, die man so nicht auf dem Schirm hat. Am 11. August startet die erste Episode von insgesamt zehn, die wir bekommen werden auf Disney+. Ich bin sehr angetan von den ersten drei Ausgaben. Das ist wirklich ein großer Spaß für Fans des MCU, der toll aussieht und vor allem auch in der ersten Episode sehr actiongeladen ist. Guckt unbedingt rein.